Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen gestaltet sich die Wetterlage ähnlich herbstlich wie heute. Bei Tageshöchstwerden um die 10 Grad und einem Leichtbögenwind zeigt sich der Westsachsenhimmel überwiegend zugezogen. Gelegentlich blinzelt die Sonne mal durch eine Wolkenlücke. Der Start ins Wochenende wird eher ungemütlich. Der Samstag beginnt mit Niederschlägen. Später lässt der Regen nach, aber Sonne bleibt Mangelware. Die Maxi-Werte liegen bei mageren 6 Grad. Bei ähnlichen Werten gestaltet sich der Sonntag grau und trübe. Der Montag kommt dann bei Tageshöchstwerten von 11 Grad, komplett verregnet daher.